Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Mittwoch hier bei wetter.net. Ja, der Spätwinter hat uns richtig fest im Griff. Vor allen Dingen nachts merken wir das zum Teil mit Frost bis minus 10 Grad. Über dem Erdboden direkt sogar noch kälter. Aber die gute Nachricht zuerst mal, Freitag und Samstag kann es dann deutlich wärmer werden. Am Samstag teilweise bis zu 18 Grad, aber dann verrücktes Wetter. Kommt der große Temperatursturz direkt zum Sonntag, dann aus Norden kälter. Und wieder Schneeflocken bis in tiefere Lagen. Vor allen Dingen am Montagmorgen kann es im Süden wieder richtig dick weiß werden. Ja, doch schauen wir uns erstmal die Frühwerte vom heutigen Mittwochmorgen an. Und die lagen teilweise wieder in zwei Metern Höhe bei knapp minus 10 Grad. In Dresden auch noch minus 7,3 Grad. Noch kälter war es wieder direkt über dem Erdboden. In fünf Zentimetern Messhöhe in Bad Königshofen minus 14,0 Grad. In Eisenach in Thüringen minus 12,0 Grad. Und auch in Hessen in Fulda, da wurden heute Morgen über dem Erdboden in fünf Zentimetern Höhe minus 10,0 Grad gemessen. Und Schuld an dieser Kälte ist weiterhin das Hochjürgen. Das bringt und zwar Sonnenschein, aber auch sternenklare Nächte. Und weiterhin sehr kalte Winde hier aus Osteuropa. Und deswegen kann es eben nachts auch so stark abkühlen. Das sieht man nochmal sehr schön hier auf dem aktuellen Luftmassenströmungsfilm. Das Hochjürgen liegt hier und weiterhin strömen die kalten Luftmassen bis zu uns nach Deutschland, bis zu uns nach Mitteleuropa. Und was bringt das Wetter vom heutigen Mittwoch? Nun im Grunde eine Kopie von Montag und Dienstag. Im ganzen Land sehr viel Sonnenschein. Nur im Norden ab und zu mal ein paar Wolkenfelder. Die Temperaturen, die erreichen hier im Süden und Osten so 4 bis 9 Grad. Im Westen sind auch mal 10 bis 11, teilweise 12 Grad möglich. Und die kommende Nacht bringt dann wieder Frost. Vor allem hier im Osten und im Süden Temperaturen minus 7 bis minus 9 Grad. Wie gesagt, in zwei Metern Messhöhe direkt über dem Erdboden auch wieder unter minus 10 Grad. Ein bisschen milder bleibt es hier im Westen. Hier so 0 bis minus 1, teilweise bis zu minus 3 Grad. Und meist ist die Nacht wirklich wolkenlos bzw. sternenklar. Wie geht es in den kommenden Tagen weiter? Nun wir sehen, es bleibt sehr sonnig und trocken und es wird immer wärmer. Am Donnerstag 7 bis 13 Grad, der Freitag 10 bis 16 Grad und am Samstag 11 bis 18 Grad. Die höchsten Werte hier im Westen und Südwesten, da könnte man fast schon meinen, jetzt schafft es der Frühling. Jetzt startet die Wärme durch, aber weit gefehlt. Wir schalten mal weiter die Aussichten ab Sonntag. Es wird wieder deutlich kühler werden. Von Norden kommen kalte Luftmassen ins Land geströmt. Am Sonntagnachmittag schon im Norden die ersten nassen Schneeflocken bis in tiefe Lagen. Im Süden noch Regen, hier 13 Grad, im Norden gerade mal noch 4 bis 6 Grad. Ja und der Montag, der bringt dann auch im Süden viele Wolken und Schneefälle bis in tiefe Lagen. Denn die kalten Luftmassen haben dann ganz Deutschland erfasst. Am Montag maximal noch 0 bis 6 Grad. Ähnliche Werte auch am Dienstag. Und weiterhin zum Teil kräftige Schneefälle im Süden Deutschlands. Dort könnte es also nochmal richtig weiß werden. Und hier mal die Wetterlage am Sonntagabend. Und wir sehen hier von Sachsen über Thüringen, Hessen, Nordrhein-Westfalen bis nach Rheinland-Pfalz und das Saarland blaue Wetter-Symbole. Das heißt in diesem Bereich könnte es tatsächlich Schneeflocken bis in tiefe Lagen geben. Im Süden zunächst noch grüne Symbole. Das bedeutet Regen. Hier ist es einfach noch ein bisschen zu mild. Aber am frühen Montagmorgen kommt die kalte Luft auch hier in Baden-Württemberg und in Bayern an. Und dann hier auch zum Teil kräftige Schneefälle bis in tiefe Lagen. Ja und das amerikanische Wettermodell berechnet tatsächlich am Montagmorgen eine dünne Schneedecke. Vor allen Dingen hier im Süden Deutschlands so ein paar Zentimeter. Ein, zwei, drei Zentimeter in den tiefen Lagen. Wäre demnach möglich in den höheren Lagen auch fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee. Mal sehen, was davon letztlich auch wirklich ankommt. Ja und zum Schluss noch der Blick auf die Ensemble-Vorhersage. Diesmal für den äußersten Süden Deutschlands. Und hier sieht man sehr schön die zwei Meter Temperatur. Die steigt zunächst an von Werten um fünf Grad fast auf 15 Grad. Und dann kommt zum Sonntag, Montag der große Temperatursturz. Teilweise am Tag nur noch Temperaturen um null Grad. Und nachts wieder Frost um oder unter minus fünf Grad. Und zum Teil auch hier die heftigen Niederschläge. Und die dürften dann anfangs Regen fallen. Und später im Süden zunehmend als Schnee. Also eine Schneedecke ab 400 bis 500 Metern scheint im Süden relativ wahrscheinlich zu sein. Danach wird es dann aber wohl wieder langsam, aber sicher etwas wärmer. Aber wir sehen, da gibt es eben nochmal eine Kälteklatsche zum Sonntag, Montag und zum Dienstag. Und diese Wärme am Freitag und Samstag ist wirklich nur von ganz kurzer Dauer. Ja, das war es vom Wetter hier bei wetter.net. Ich würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat. Lasst bitte einen Daumen nach oben da. Und denkt dran, schaltet auch am heutigen Nachmittag ein. Denn dann gibt es weitere Infos zu unserem neuen Gewinnspiel. Das war es vom Wetter. Macht's gut. Tschüss und bis zum nächsten Mal.